Ja Leute, herzlich willkommen bei der Runde Nummer 2 und ich hoffe, dass mein Warrior-Decker das richtig einschenkt. Ja, hallo auch von meiner Seite. Er hat immer ein bisschen Traumvorstellungen und macht aber nichts. War ein sehr spannendes erstes Match, glaube ich, oder? Und ich bin schon echt gespannt, ob ich diesmal wieder dieses Glück habe, die Sonne in der Tie echt noch zu drehen. Also ich dachte mir, ich gehe hier gnadenlos mit Grün-Schwarz unter. Was sagst du? Ja, wird es so sein jetzt. Jetzt wird es so sein. Top Deck, Top Deck und ja, gut. Auf alle Fälle hoffe ich, ihr seid nicht eingeschlafen dabei, weil es war wirklich spannend. Sonst würde ich euch empfehlen. Schaut es euch nochmal an. Und ja, wir werden... Dann nochmal... Dann nochmal einschlafen, ja. Wie schaut es bei dir aus? Du wirst anfangen, oder? Ja, ich werde auf jeden Fall kippen. Du kippst. Juhu. Ich kippe auch mal. Schauen wir mal. Okay, dann fangen wir an. Fang an. Eine Ebene. Und der Avir Blanker. Der erste Truppmann-Kamp. Naja, das ist natürlich für dich gut. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon berühre. Also ich gehe mit einem Sumpf in den Spiel und go. Vielleicht wird die bei dir natürlich ein bisschen schneller. Wir kennen jetzt die Karten doch ein bisschen auch vom Spielen her. Von der Mechanik. Wir haben es vorher auch noch nie gespielt, muss man dazu sagen. Aber es war trotzdem sehr, sehr spannend und auch sehr viel zum Nachdenken. Attack. Ja, ich gehe dann gleich mal auf 19. Und Main Phase 2 würde ich gerne die Orakos-Scharf-Kralle spülen. Okay. Du bist. So gefällt es mir. Ja, das glaube ich. Das kommt gut ausschauen. So, dann würde ich gerne eine verlassene Ödne spülen und gehe auf 21. Kommt natürlich gedaupt ins Spiel, aber der Würfel ist extrem schlecht. Wenn du nichts hast, würde ich gerne mit beiden attacken. Und gehe im Prinzip auf 15 runter schauen. Das gleich in Runde 3. Okay. Mhm. Und go. Jetzt wird es dann lächerlich. Ah, ja. Ich werde es dir nur anschauen. Ich werde mir schlagen mit Wälder und Sümpfen. Ja. Ich werde jetzt kommentieren. Ich spreche dir abzahnwendiger aus. Ja. Zu Beginn des Versorgungsset ziehe ich eine Karte, falls ich die Kreatur mit der größten Widerstandskraft oder der gemeinsam größten Widerstandskraft kontrolliere. Das tue ich noch. Und go. Sonst darfst du keine Karten ziehen, oder? Nein. Aber nun haben wir die gleiche Widerstandskraft und die größte Widerstandskraft. Ja. Dann werde ich gerne mit beiden attacken. Ja. Ich werde schon die Kommentare lesen bei deiner Handkarte. Block. Ich kann es leider nicht durchgeben. Blockst du? Ja. Ja. Dann stirbt er. Du kriegst 1 Damage. Genau. Gehe auf 14. Und dann machen wir in der Mainfest 2 da ein schwarzes, ein beliebiges. Ähm, spiele den Schlachten-Rauf-Bold dazu. Genau. Und er geht auf 3-2, oder? Genau. Ja. Und du bist. Jo. Wenn wir es jetzt schauen, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Ja, das ist ja echt ein Witz. Ähm, ja. Ich spiele den Totenkleber aus und bringe die Tournkarten von mein Friedhof zurück ins Spiel. Go. Das ist amazing. Ja, wirklich. Er hat noch immer erstes Schlag, gell? Wie das erste Mal schon. Ja. Wie das erste Mal? Ist er auch ein paar Mal drinnen? Ähm, ich glaub zwei Mal. Okay. Der kann schon Druck aufbauen, durch das, dass er erstes Schlag hat. Mhm. Gerade wenn man eigentlich fast nur weiß und schwarz spielt, also. Wir haben eh die Verbesserungstipps abgegeben. Also das Deck kann schon was so für ein bisschen casual-play und vielleicht, wenn man es wirklich ganz gut ausrüstet, kann man die Rette schon auch auf ein Turnier gehen damit. Aber da muss man natürlich schon tief in die Tasche treffen. Ein schwarzes würde ich gerne die Grausamme als Artistin ausspülen. Ja. Und dann würde ich mit beiden attacken. Ja, ja. Erstschlag, gell. Bringt mir das jetzt was. Miniger Damage. Ja. Das hilft nicht. Christoph. Ich brauch Zeit. Geh auf 13. Ja. Go. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. So. Ich spiele jetzt nur mal einen Sumpf. Und jetzt kommt der Überwand. Dunkler Handel. Würde ich gerne spielen. Weil du nicht blau spielst, wirst du jetzt nicht wieder dafür gegen Tag kannst. Jeder Gegner wirft alle Karten aus seiner Hand ab und zieht dann entsprechend viele Karten. Minus einer. Ja. Ich hab vier Karten. Ich hab drei, vier, fünf. Und ich zieg wieder vier nach drei, vier. Hm. Gut, dass du das gemacht hast. Hm. Nicht gut, glaube ich. Ich hab zwar früher im Friedhof. Sumpf habe ich schon gespielt, gell? Ja. Ähm, spiel dann das Hochlandwild. Go. Meine Stürbgegezwelle. Einen Sumpf. Dürfen wir mal deinen Friedhof anschauen, was ich da schaue angepipe. Hm. Mhm. Mhm. So, ich spiel den Rasiermesser Klauangreif. So, ich spiel den Rasiermesser Glauagreif. Jo. Und ich attacke herum mit einem. Jetzt muss ich dich mal schauen, was das kommt könnte. Jetzt muss ich mal schauen, was das entspíz counts könnte. Ja, ich blocke jetzt einmal das, nehmtlich ist alles noch nicht weg, kriegst 4 Damage. Aber ich kriege wieder 2 Lebenspunkte, also gehe ich in Summe auf 11 runter. So, also ihr hättet jetzt genug zum Wühlen drin, also bitte, liebe Wühlkreaturen. Also ich spiel nur einen Sampf, ja? So, wechseln. Sonst wird es zu mosig, oder? Ja, ich sprich, ich sehe aus das Grenzlein ausstehen, wir kennen es ja schon, zeige die obersten 5 Karten deiner Bibliothek her. Ja, genau so geht es mir die ganze Zeit schon. Und Kreatur oder Land, oder? Genau. Ja, und ja, die Wahl wird, also ich habe saudämlich gemischt, wie man sieht. Ja, was nehme ich den für ein Landworter? Das Moosgrüne. Ich nehme das Grüne, weil es sind so viele Simpfe da. Okay. Ja, also das wird eine schnelle Partie heute. Aber gut. Das ist ja mehr für die Frühaufsteher. Genau. Gut. Ich würde nicht blocken. Dann kriegst du 6 Schaden. In Summe, dann gehe ich auf 5 Lebenspunkte runter. Da, 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 da. Ich brauche unbedingt jetzt Crooks of Fate. Mainfest 2, spiele ich die Drachenschuppen General. Okay, das heißt Bolstern. Genau, Bolstern 3. Auf den Flieger. Den schlechtersten. Genau. Das heißt, er setzt 4-4. Gut. Erst. 4-4. Unten Krieger und alles ist schlecht. Okay. Also wenn es jetzt nicht schwarz im neuen Fate Resort. Also ich spüre einen Wald. Go. Echtes. Ja. Echtes. Gut. Echtes. Ich spüre da gegen einen Greenpeace-Aktivisten. Nein, das ist Scape Shift Nummer 2. Warte, jetzt kommt der Überspell. Also. Sorry. Ja, ich würde gerne. Okay. Runde geht an dich. Ich brauche nicht mehr viel machen. Ja. Wir ziehen es auch gar nicht in die Länge. Die Runde ist eindeutig an Mark umgegangen. Ich zeige noch meine tolle Handkarten her. Ich zeige es auch dir. Ich habe damit kein Problem. Ich habe im Prinzip Land am Überfluss gezogen. Und ja. Es kann aber manchmal passieren. Das ist leider so. Ja. Okay. In dem Sinne. Ich bin mal weg für heute. Wir werden Runde 3 angehen. War glaube ich wirklich nur zur Aufmerksamkeit. Diese Runde. Genau. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Lass dein Däumchen da. Für meinen Sieg. Also wenn ich erste Runde mehr Däumchen kriege, als wie diese Runde dann. Auf jeden Fall lasst den Kommentar da. Und ich sage Tschüss. Bis zur Runde 3.